Samstag, 20. Juli, 14 Uhr, Fritz-Walter-Stadion, 1. FC Kaiserslautern gegen Unterhaching. Nina Grill, Gevin Kraus, Dominik Schatz, Jonas Schulz, Philipp Hecher, Karlo Schickeniger, Yannick Bachmann, Timmy Thiele, Florian Pick, Christophe Himmlein, Christian Kulwetter, das war's von Kaiserslautern, das ist Haching, Unterhaching, Niko Mantel, Alexander Winkeler, Max Dombrowka, Christopar Kriger, Markus Schwabel, Lukas Hofnagel, Dominik Stahl, Sascha Bigalke, Luka Marsiler, Moritz Heinrich, Felix Schiedhöher, Das war's von Unterhaching, Kaiserslautern gegen Unterhaching, 1 zu 1, unterschieden. 17 Uhr 2 1 61 2 3 4 8